Was bietet sich an, wenn ich das grundsätzlich mache, nachdem ich die Melodie kenne? Eins, zwei... Wenn ich das nächste Mal übe, dann fange ich mit der linken Hand an. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt 25 Minuten durchhalte. Das ist, wenn man wieder anfängt, ziemlich anstrengend. Ich glaube auch nicht, dass ich das nächste Mal übe. Ich glaube auch nicht, dass ich das nächste Mal übe. Ich glaube auch nicht, dass ich das nächste Mal übe. Ich bin einmal im Raum. Ich habe zwar noch 10 Minuten auf der Uhr, ich fahre aber jetzt auf, weil ich ein Erfolgsauss hatte. Und dann versuche ich mal vernünftig die linke Hand zu üben bei dem Stück.